hallo meine freunde willkommen auf dem kanal von der mental p und heute auch mit dabei der ralf das bin nämlich ich genau richtig und wir spielen natürlich jetzt mal wieder hier als rebell sind unterwegs letztes mal haben wir uns diesen schönen ifrit hier geholt und wollten jetzt hier zum kupfer processing düsen haben vorhin noch so ein paar rebellen kennengelernt und schauen jetzt einfach mal was so auf uns zukommt genau bin immer gespannt ich auch sehr sogar siehst du irgendwas die gar nichts wenn ich zu sein kann ich nicht dieses ding reinsteigen eigentlich schon ja an diesem kommandostand könnte das wie geht denn das müssen wir drücken glaube ich und dann kannst du gehen wir raus ja irgendwie nicht raus doch habe ich jetzt okay so und jetzt warte mal ich komme gerade kurz als passagier einsteigen das müsste doch hier drin sein oder dieses ausguck ding ist doch hier ja man kann als passagier einsteigen okay komisch passagier passagier gibt noch passagier okay das war das andere fahrzeug stefan es gab doch diesen diesen bulligen den wir bei mir aber der hat auch eigentlich so ein ding obendrauf das ist eine lampe das ist eine lampe ja na gut dann macht das ja nichts dann müssen wir mal da jetzt hin und schauen ob wir da jemanden erwischen können wenn wir überfallen können und du solltest du probier du mal die die verhandlung oder das heißt die verhandlung die forderung zu stellen verhandeln tut mir nämlich nicht viel was soll man denn jetzt fordern oder macht ja alles was sie haben ich habe das noch nie gemacht ja geld und klamotten ok geld und klamotten da ist keiner oder nicht nicht so aus und normalerweise wird einfach rausgestürmt und sofort geschrien alle auf dem boden alle auf dem boden alle auf dem boden wenn sie nicht hinlegt wird sofort erschossen so hier ist nix verstecken vielleicht oder so super hier verstecken ich bin lieber proaktiv und fahr mit dem auto mal ein bisschen durch die gegend ok wir können uns auch verstecken die frage ist nur wie lange dauert das bisher hinkommen ja das ist natürlich wirklich die frage das ist richtig und das wäre natürlich ein bisschen ätzend wenn wir hier so zehn minuten rumgabbeln ist aber gar nichts passiert ja ich glaube im salzhändler sind ja eigentlich auch immer ziemlich ab da sind ja auch sehr viele die das machen salzhändler ja also beim salzhändler sind ja auch immer sehr viele die dann da das salz abliefern der ja nur da ist ja das wollte ich auch gerade sagen dahin fahren wir ein bisschen action morgen früh ja morgen früh sind wir da da könnt ihr wieder einschalten nach 24 stunden aufnahme ich fahr jetzt einfach mal einen highway runter stefan da kann ich jetzt nichts passt schon alles gut siehst du es fängt nämlich schon an niemand schreibt mich auf dem tss an siehst du genauso geht das und ich habe den sound natürlich nicht aus einfach weil immer so stehen stefan macht mich gerade dafür verantwortlich dass ihn jemand in tss anschreibt ja das ist ja nicht so schlimm die leute hören das jetzt einmal ganz überlebenden sound ja und genau wer den sound mark und oder nicht mag einfach mal liken egal was beides beides bei einfach liken genau ganz wichtig immer ein like da lassen ja immer überleiten uns ja wirklich ganz ehrlich das ist eine ganz wichtige sache das glaubt ihr gar nicht diese gleiche stupst mir einen an alter was ist denn da los auf dem tss jetzt wo wir sind ja also nicht hier sondern irgendwo anders ja das ist ja gut okay er kann ich immer nichts dafür man ja ganz wichtig die leite hat man auch den stefan an zu stoppen hier ich hoffe ich nehme jetzt noch auf weil immer wenn ich manchmal raus habe dann schmiert einfach die aufnahme ab weil zumindest ist es die leute müssen jetzt einmal kurz standbild gehabt haben aber sie werden damit leben hoffe ich nein standbild skandal auf dem kanal von mentor das geht nun wirklich nicht du weißt kannst du das kannst du zuschauen du dich antun mega flüssig läuft weil ich habe einfach überhaupt keine lex ja ja auch bei mir auch optimal geschmacksneutral ja heute bin ich in das reime monster ich mag schon weil die leute sie sind ja echt daran gewöhnt dass ich zwischenzeitlich lex habe und hier habe ich einfach mal so gut wie nichts freut mich auch volle pulle habe freut mich dass dir das gefällt weil ich spiele ich auch wirklich gern ja super sache auf jeden fall ist im übrigen der phs server geht nur über weiten ist also ihr müsst euch im tss von den admins freischalten lassen sonst könnt ihr nicht genau also ihr müsst wirklich dann auch im tss kommen mit den admins sprechen damit ihr euch freischalten gut der ralf hat jetzt ein nettes wort für mich eingelegt ich habe noch nie mit den admins gesprochen deswegen das ist ja der ehrensache dass du da weitest du bist ja so gleich mit ihr davon anhalten ja auch steig mal aus ja ich sag sofort also ich kann ja auch steigen jetzt ja falsche richtung ne pass mal auf das schon direkt hier abgehauen der fährt ja da fährt hinterher ok das ist oder so ne 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 ich koche eröffnen um auf die reifen ne 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 das Aber dere ist auf jeden fall gleich abgehauen er weiß gleich was er ist er hörten wir auf komm steige ein soll mal den verfolgen wir sind noch gleich stehen zu den verfolgen ich活te ihn partner hoffe ich treffte ihn sogar noch von hier wenn ich gut drauf bin mit deinem scope oder was ja du ne kurze bitte an dich sag mir Wasserman icas ein Fat Manfred einde in der Ordnung Da hinten ist er noch, also den müsstest du jetzt noch kriegen. Den kriegen wir auch. Ich glaube, wir sind sogar schneller als der, kann das sein. Möglich, ich fahre gerade 92, 93 und das Ganze Offroad, also wow. Oh oh, aussteigen, reparieren. Oh ja, gut, jetzt haben wir sie sowieso verloren. Ich kann nicht reparieren, doch, warum kann ich nicht reparieren? Ich kann reparieren, soll ich reparieren? Ja bitte, warum habe ich denn, ich habe noch Kids dabei oder nicht? Da hast du auch keine dabei. Stimmt, warum das denn, ey, muss ich euch die kaufen, ey. Ja, verdammt, unsere erste Verfolgungszeit ist mal ordentlich gescheitert, weil ich hier in diesen Riesengraben reingefahren bin. Ja, auf jeden Fall coole Sache von dir und so. Ja, Mann. Und wir haben ihn verloren, wenn du es ihm einfach hinterherfahren sollen, mich einfach da liegen lassen sollen, kannst du mir ja später noch abholen. So einfach rammen und so, das wäre bestimmt ganz gut gegangen. Weil wenn der Schrott ist, dann ist der Schrott. Wir können jetzt höchstens raten, wo er vielleicht hingefahren sein könnte, jetzt wäre man hier die Straße verrückt. Aber ich denke, wir gucken einfach mal auf den Schein. Da ist ein Hubschrauber, hörst du den? Oder? Nee, gerade nicht. Ich schaue jetzt einfach mal auf den Berg hier hoch und gucke, ob wir dieses blöde, orange Ding noch irgendwo sehen, weil ich meine, der ist total auffällig. So, guck mal bitte rum, ob du ihn hier irgendwo auf der Straße siehst. Nein, ich sehe den nicht. Der ist nicht mehr da. Ich sehe den nicht. Ich auch nicht. Nichts zu sehen. Ich glaube, der fährt bestimmt zum Kupferprocessing, oder? Ja, wobei, da fahre ich jetzt nicht mehr hin. Ich fahre jetzt mal wieder zurück zum Highway. Mhm. Und wenn wir die direkt abhauen, wir machen das das nächste Mal so, dass wir ja sofort hinter dem herfahren und dann erstmal ran, dass der einfach kaputt ist. Ja, okay, das heißt, okay, okay. Neue Strategie. Genau, weil jetzt bin ich ja gerade ausgestiegen, dadurch konntest du eben dann nicht sofort, ne? Das war dann schade. Ich fahre jetzt natürlich querfeldein, weil ich auf dem Highway ist zu gefährlich, nicht, dass er die Nachheit abgesetzt hat. Okay. Deswegen ist jetzt nur noch neben der Straße fahren angesagt, aber der fährt ja auch hier locker 80, 90, von daher. Mhm. Ja, okay. Und bei solchen Spurnschanzen muss ich mal aufpassen. Ja, hier, sonst hebst du richtig ab hier. Ja. Dann ist nicht mehr viel von uns überall, würde ich mal behaupten. So, ich bin hier nach links, da vorne ist der Trader. Also sehen tue ich da aktuell niemanden. Ich bin noch ein bisschen mit Navigieren beschäftigt. Oh, boah, wir sind zwischen den Bauen durch. Ja, du bist ja echt der Wahnsinn, du. Ich bin der absolute Wahnsinn hier. Wenn ich der absolute Wahnsinn bin, meine Freunde, schreibt's in die Kommentare. Genau. Bleibt's überall in die Kommentare, bei mir und bei Ihnen. Ja, jetzt ist auf einmal ein bisschen Straße, aber nur ein kleines bisschen. Und dann fahren wir schon wieder hier offroad. Ich würde nämlich gerne von Berg oben hier mal auf die, auf den Farmer, auf den Farmer sag ich schon, auf den Trader runter gucken. Auf den Farmer. Wunderbar. Ja, echt die besten Versprecher habe ich hier mit dir. Oh, da waren ganz viele getötet. Siehst du das? Ja. Das können die Rebellen sein, die gerade auch nicht abgehen. Ja. Zumindest ist keiner der Namen dabei, die wir vorhin getroffen haben. Also es scheint die zu sein, die töten. Okay. Schade, dass man hier keine Wanted-Liste hat als Zivilisten. Sonst könnte man gucken, wer die Typen sind hier völlig abgehen. Ja, aber das wäre ja auch ein bisschen Cheating. Guck mal, wie viele Leute da getötet wären gerade. Alexander wurde auch gespielt. Was ist denn da los? Krieg. Kleine Schießerei, so wie es aussieht. Und was machen wir? Wir fahren irgendwie der Pampa rum, ey. Ja, genau. Sind einfach nicht bei der Schießerei dabei, sondern düsen hier irgendwo ins Nichts. Ah gut, wir sind schon gleich beim Händler so, so ist es nicht. Ja, wir können auch, ab wo beginnt ja die Safe-Zone? Können wir nicht auch irgendwo am Pfirsichfeld einfach mal jemanden überfallen? So ganz? Ja, im Pfirsichfeld ist es inzwischen echt assi, ey. Ja, es ist assi, aber egal. Aber es sind auch viel zu nah am Marktplatz dran, da würde ich mich nicht trauen, ey, bei den Cops. Echt? Ja. Aber es ist ja keine Safe-Zone mehr. Ist richtig. Ich glaube auch, ich muss selber mal gucken, nicht, dass ich jetzt selber einen Fehler mache hier und die Leute beim Trader überfallen und das ist auch nicht erlaubt, ey. Muss ich selber mal gucken, ja. Regelwerk gibt es hier Safe-Zone, benehmt euch. Einmischen. Ja, Random Dust-Match brauchen nicht, benehmt euch. Genau, hier hat Rollen, Bands, Exploits. Das ist immer wieder dasselbe hier, ja? Gut zu wissen auf jeden Fall. Kommunikation, Fahrzeuge, RAM anderer Fahrzeuge, Einmischen, Polizei-Zonen, Bands für Strafwanderen, Exploits. Sicherheitszonen, hier. Alle Geschäfte, alle Garagen, alle ATMs, Rebellen, Outposts und Polizeirevier. Alle Geschäfte und Garagen. Ne, keine Händler. Ne, vollkommen richtig, keine Händler. Super. Gut. Da stand nicht mal was von ATM, dass das Sicherheitszone ist. Doch, doch, Bankautomaten stand da. Ach so, Bank. Okay, gut. Ja, stimmt. Aber gut, dass wir das mal geprüft haben, weil wenn du auf anderen Zeilen spielst, gibt's manchmal auch andere Regelwerkauslegungen und dann hast du echt ein Problem und das eben falsch machst. Ja, ja, das stimmt schon. Wo fängst du jetzt hin, ey? Ja, ich bin über den Berg von oben, will ich drauf hoch. Oh, das ist scheiß Mauer da, ey. Du bist schon wieder Schrott, ey. Ne, ne, ich hab, das war nur der Front, da vorne sind wir gut gepanzert. Wir sind vorhin einfach nur auf den Reifen gelandet. Ja. So. Zu Ihrer Rechten sehen Sie gleich den Händler. Unglaublich. Dort befindet sich aktuell, glaube ich, niemand. Ich würde mal sagen, wir parken das Fahrzeug hier in Busch. Warte mal, wie weit bin ich vom Händler entfernt? Nicht mehr weit, paar Meter noch, mehr oder weniger. Ich brauche nur einen guten Platz, um mich unter den Bäumen zu verstecken. Okay, das ist da vorne. Okay, nehmen wir noch ein Gebäude weiter vorne. Ich brauche nur einen Spot, wo ich direkt einsteigen kann und geradeaus wegfahren kann. Das ist ganz wichtig. Und am besten noch unter den Baum, damit würde ich vom Heli sofort gesehen werden. Und alle, die weglaufen, auf die wird geschossen, wenn wir schreien, stehen bleiben? Oder das ist ein Überfall? Ja. Okay. Wir sind im Test. Wir sind im Test, was? Was? Wollen wir denn hier stehen lassen? Nee, ist ein scheiß Platz, ne? Helikopter. Und irgendwo ist ein Typ. Ich habe ein Typ, ein Typ ist hinter uns. Ein Typ, Vorsicht, ich bin hinter dir. Okay, wir haben jetzt hier gleich ein bisschen... Ja, die ASS-Leute suchen uns. Okay, der Heli da gehört zu euch, oder nicht? Das ist unser, ja, ja. Alles klar. Der Gruppenleader ist immer noch AFK, der steht da vorne rum. Skandal! Also, wir sind jetzt auch hier angekommen. Oh mein Gott, mein Gott. Der wird ich gleich vergeschen. Also, du bist jetzt auf jeden Fall vorsichtiger vorgegangen. Ja, ich mute mich jetzt bei im TS. Das ist ein Nahkampfhaft. In dem Game, okay. Ja. Wir haben noch hier oben einen Sniper auf dem Hügel. Okay, super. Das ist natürlich perfekt. So muss das sein. Fahrzeug bitte absperren. Herr Mentor, danke. Achso, jetzt soll ich dir auch Schlüssel geben hier, Sneaker von dem Fahrzeug hier? Oh ja. Hunter kommt, vorsichtig. Das Polizei kommt wieder, die suchen uns auch. Oh Gott, ich höre nur die Hälfte, ey. Was ist mit dem Hunter? Auf die Siebte. Siebte? Ich verstehe ihn so schlecht. Ich verstehe ihn gar nicht so schlecht, ey. Ich verstehe ihn auch nicht. Also, vorne ist ein Hunter gekommen gerade. Der Hunter... Der ist unserem Hubschrauber hinterher. Okay. Ich bin nur kurz ins Auto, weil ich Smokegranaten hätte werfen können. Dass wir abhauen können. Okay. So, ich habe dir mal die Schlüssel gegeben, falls du abhauen musst. Das ist der Schlüssel für den Hubschrauber, der hier rumfliegt. Okay, super, danke dir. Ich lasse das Fahrzeug jetzt mal... Okay, ich schließe es wieder ab. So, Mentor. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas überfallen, ey. Ja, auf jeden Fall. Wir warten hier auf einem Konvoi voller Kupfererz. Die wollen den verkaufen, sind aber nicht her, weil... Die wohl uns mitbekommen haben, die sind vorbeigefahren. Das waren zwei LKWs. Okay. Und die haben diese Personenschützer eben angeheuert da. Und die sind gerade vorher schon da gewesen, haben gespottet und... Keine Ahnung, jetzt warten wir mal, was hier passiert. Alles klar. Dann warten wir mal ab. Ich gehe mal ein bisschen hier weiter vor und gucke, dass ich einen guten Spot finde zum Scouten. Ach, unser Leader ist wieder da. Warte mal. Der bewegt sich. Der Leader bewegt sich, yay. Der Leader bewegt sich. So, Stefan. Bin wieder im TS. Sorry. Wunderbar. Nee, passt schon. Äh, Gruppe ist offen. No name. Danke. Okay. Dann gehen wir mal rein. My gang grows. No name. Join. Jo, es sind beide gejoint. Danke. Kein Problem. Guten Tag. Orient. Dann reden wir jetzt über einen Gruppenchannel. Alles klar. Mahlzeit. Hallo Jungs. Herzlich willkommen. Ja, was seid denn ihr für die Truppe hier? Ihr überfeilt alles und zerschießt alles, das gefällt mir gut. Ja, wir haben jetzt heute erst zweieinhalb Millionen reingenommen, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr, weil unsere Familien sind teuer, weißt du? Ja, ich verstehe das auch. Die Kinder wollen auch immer so Goldkettchen haben und der Sohn will immer wieder ein neues Kettker haben. Goldkett, ähm, die Tochter braucht 200 Schuhe, Handtaschen, äh, alles, ganz schlimm. Ja, ganz typisch hier. Die zweite Frau ist immer. Die Frau, welche Frau, die erste oder die zweite? Ne, die zweite, du. Ah, die zweite, da sind wir die Schlimmsten, die Zweiten, die wollen immer am meisten haben, ey. Da muss man, da muss man einfach Rebell werden, was soll man da tun, oder? Ja, eben, eben. Du, Stefan? Ja? Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Break und schauen, was wir dann in der nächsten Folge mit den Terroristen anstellen. Danke fürs Zuschauen und bleibt gespannt, das wird mit Sicherheit noch richtig heiß hier in der nächsten Folge. Denke ich auch. Tschüss. Ciao.